Das digitale Krankenhaus mit Aruba. Den Anforderungen von medizinischem Fachpersonal und Patienten aus IT-Sicht gerecht zu werden, ist seit jeher eine Herausforderung. Heute sind die Erwartungen an die IT im Gesundheitswesen höher denn je und sie steigen unaufhaltsam. Die größte Herausforderung besteht darin, die Ansprüche des Gesundheitswesens am EDGE genau da, wo Ärzte, Technologien und Informationen interagieren, zu erfüllen. So stellen sie sicher, dass ihre Kollegen effizient auf Daten zugreifen können, um fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Ebenso sind einfache und sichere Datendienste gefragt, um die Erwartungen der Patienten zu erfüllen und deren Zufriedenheit zu steigern. Die Grundlage für all dies ist das Netzwerk, auf dem ihre IT-Umgebung aufbaut. Natürlich muss sich das Netzwerk einfach betreiben und verwalten lassen, aber noch viel wichtiger ist die Qualität der Nutzererfahrung. Ärzte sind darauf angewiesen, dass wichtige Daten jederzeit abrufbar sind. Das erfordert einfache und zuverlässige Konnektivität sowie eine Infrastruktur, die verschiedene Kommunikationsdienste unterstützt. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, noch mehr aus ihrer Infrastruktur herauszuholen. Asset Tracking spart ihrem medizinischen Fachpersonal kostbare Zeit beim Orten von medizinischen Geräten und hilft ihnen dabei, Überkapazitäten zu vermeiden. Die Technologien zur Ortung von Geräten und Betten kommen auch ihren Patienten zugute. Dank Indoor-Navigation können sich die Patienten im Krankenhaus spielend leicht orientieren. Sie erreichen ihre Termine rechtzeitig. Das erhöht die Effizienz ihrer Klinikabläufe. Durch Nutzung von Kontextdaten wie des Standorts lassen sich weitere Klinikprozesse automatisieren, beispielsweise das Aufrufen der jeweiligen Patientenakte. Eine flexible Netzwerkarchitektur lässt sich zum Vorteil des Patienten gezielt und sicher auf weitere Institutionen im Klinikverbund erweitern, wie beispielsweise medizinische Versorgungszentren oder die ärztliche Fernbehandlung. Mit einem Aruba-Netzwerk und der Aruba Edge Services Plattform lässt sich die erforderliche softwaredefinierte Infrastruktur, ob kabelgebunden oder kabellos, schnell bereitstellen und einfach verwalten. Kompromisslose Sicherheit schaffen Sie durch automatische Erkennung, Profilierung und Segmentierung aller medizinischen und IoT-Geräte in Ihrem Netzwerk. Management-Tools von Aruba nutzen künstliche Intelligenz, um Probleme proaktiv zu erkennen und zu lösen, bevor sie die Nutzererfahrung der Patienten und des medizinischen Fachpersonals negativ beeinflussen. Mit Netzwerkintelligenz von Aruba zum digitalen Krankenhaus.